Was sind die häufigsten Ursachen für wässrigen Samen? In einigen Fällen kann wässriger Samen ein normales Ereignis sein. Vor Ejakulat ist zum Beispiel oft klar und wässrig. Einige Studien weisen darauf hin, dass die Ernährung eines Mannes auch die Konsistenz seines Samens beeinflussen kann, und häufiger Ejakulation kann auch zu wässrigen Samen führen. Männer mit geringer Spermienzahl können auch dünneres Sperma als normal haben. Samen besteht aus wenigen Komponenten. Sperma macht nur einen geringen Prozentsatz des Samens aus und wird in den Hoden produziert. Etwa die Hälfte des Samens besteht aus einer Flüssigkeit, die in den Samenbläschen gebildet wird. Diese Flüssigkeit ist sehr reich an Fruktose, die dem Sperma Energie zum Schwimmen liefert. Die Prostata und Bulburetraldrüsen produzieren auch Flüssigkeiten, die den Rest des Spermas ausmachen. Eine als Prähejakulat bekannte Substanz wird von den Bulburetraldrüsen oder Kopfpaldrüsen vor der Ejakulation produziert. Diese Flüssigkeit wird zur Schmierung beim Geschlechtsverkehr und bei der Ejakulation verwendet und kann häufig an der Spitze des Penis eines Mannes gesehen werden, wenn dieser sexuell erregt ist. Obwohl diese Substanz alleine kein Sperma enthält und eigentlich kein Sperma ist, kann sie wässrigen Sperma ählen. Die Ernährung kann unter anderem auch die Konsistenz des Samens beeinflussen. Ein Mann kann wässrigen Samen haben, wenn er nicht die richtige Menge bestimmter essentieller Nährstoffe erhält. Es wird angenommen, dass Protein zum Beispiel dazu beiträgt, Samen dicker zu machen. Ein Mann, der nicht genug Protein in seiner Ernährung hat, kann wässrigen Samen haben. Die Konsistenz des Samens wird auch oft davon beeinflusst, wie oft ein Mann ejakuliert. Im Allgemeinen dauert es einige Monate, bis das Sperma in den Hoden reift. Wenn ein Mann mehrmals am Tag ejakuliert, zb durch häufiges Masturbieren oder Geschlechtsverkehr, können seine Hoden in der Regel nicht genug Sperma produzieren, um mitzuhalten. Dies führt oft dazu, dass weniger Sperma im Samen vorhanden ist. Anstatt dass das Sperma dick und weiß ist, könnte der Mangel an Sperma zu wässrigem Sperma führen. Eine niedrige Spermienzahl kann bei manchen Männern aus demselben Grund auch zu wässrigem Sperma führen, zu wenig Sperma im Sperma. Verschiedene Faktoren können die Spermienzahl eines Mannes beeinflussen. Wenn die Hoden beispielsweise zu heiß gehalten werden, können sich die Spermien möglicherweise nicht richtig entwickeln. Zu enge Kleidung kann manchmal zu einem Temperaturanstieg der Hoden eines Mannes führen, insbesondere wenn er mit dieser Kleidung trainiert.